Hey Leute, um 19 Uhr mache ich einen Karaoke-Party-Livestream auf Twitch. Den Link findet ihr natürlich hier in der Beschreibung. Ich denke mal, dir geht so eine halbe Stunde bis Stunde. Schaue ich mal, wie es so läuft. Und ja, wenn ihr Bock habt, dann lasst euch natürlich blicken. And you feel the pressure between your head.